Der Monitormarkt gehört definitiv zu den unübersichtlichsten Märkten überhaupt, sodass man als Endnutzer von der Vielzahl an Angeboten oft völlig überfordert ist. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich gebe dir in diesem Video einen roten Faden an die Hand und verrate dir, welcher Monitor und welche Auflösung zu deinem persönlichen Gamer-Stil am besten passt. Gleichzeitig offenbare ich dir die zwei größten Fehler, welche du beim Kauf unbedingt vermeiden solltest. Mehr dazu nach dem Intro. Welche Auflösung und welcher Monitor passt denn nun zu mir? Um diese Frage zu beantworten, spielt dein Nutzerverhalten die alles entscheidende Rolle. Daher gehe ich in diesem Video auf die zwei häufigsten Gamer-Typen ein und verrate dir, worauf sie bei der Auswahl des richtigen Monitors achten sollten. In einer der zwei Gamer-Typen wirst du übrigens auch du dich wiederfinden, sodass du am Ende ganz genau weißt, welcher Monitor zu dir passt und so kinderleicht die richtige Kaufentscheidung treffen kannst. Zusätzlich offenbare ich die zwei größten Fehler, welche du beim Kauf unbedingt vermeiden solltest. Nun aber genug mit dem Vorgeplänkel, starten wir mit Gamer-Typ Nummer 1. Gamer-Typ Nummer 1 bevorzugt eher die E-Sport-Titel oder schnelle Shooter, wie zum Beispiel Fortnite, Counter-Strike oder Call of Duty. Natürlich gibt es aber noch viele mehr, die man aufzählen könnte, aber ich nehme mal die drei als Referenz. Gamer aus diesem Bereich empfehle ich, auf einen Full-HD-Monitor zu setzen mit 1080p. Denn am Ende liegt hier ganz klar der Fokus auf eine höhere Herzzahl und eine geringe Reaktionszeit, sodass du bei den Spielen wirklich ein flüssiges Spielerlebnis hast. Denn gerade wenn du viel online talkst oder das ganz auch ein bisschen professioneller machst, dann möchtest du natürlich immer möglichst ein flüssiges Spielerlebnis haben, ohne irgendwelche Mikroruckler, Frame-Einbrüche oder gar Bild zerreißen. Deswegen empfehle ich dir an der Stelle auch, auf einen Monitor zu setzen, der entweder G-Sync oder FreeSync hat, das ist davon abhängig, was für eine Grafikkarte du verbaut hast. Bei AMD setzt du auf FreeSync, bei Nvidia-Grafikkarten setzt du auf G-Sync. Das ist allerdings nur so ein kleiner Topic, was nochmal dieses Spielerlebnis ein bisschen flüssiger macht, muss allerdings nicht genau sein, viel wichtiger ist dabei eher die Herzzahl, also die beginnen würde ich da ab 144 Hertz und natürlich eine möglichst geringe Reaktionszeit von am besten 1 bis maximal 4 Millisekunden. Von der Monitorgröße empfehle ich dir ganz klar 24 Zoll bis maximal 27 Zoll, damit du bei Full-HD auch noch wirklich ein flüssiges Spielerlebnis hast. Komm ich nur noch zu den größten Fehlern, die viele in dieser Zielgruppe machen, dass am Ende sich einen extrem hochwertigen High-End-Gaming-PC zusammenzubauen, aber am Ende doch nur auf einen Full-HD-Monitor mit 60 Hertz zu zocken. Denn der Monitor würde sich am Ende als Flaschenhals herausstellen, denn selbst wenn du eine 3080 Ti verbaut hast, würde der Monitor maximal 1080p mit 60 Hertz wiedergeben. Und Ultra-Settings in 1080p schafft auch jede halbwegs aktuelle Mittelklasse-Grafikkarte. Deswegen empfiehlt es sich an der Stelle einfach nicht die beste Hardware mal zu kaufen, sondern wirklich das, was zu deinem persönlichen Nutzerverhalten passt. Das heißt kurz gesagt, du bist Gamertyp Nummer 1, dann brauchst du nie die beste Hardware, sondern es reicht wirklich ein guter Mittelklasse-PC, um wirklich auch in Full-HD alles in Ultra-Settings flüssig spielen zu können. Achte dabei lieber mehr darauf, dass du einen guten Monitor hast, welcher mindestens 144 Hertz eine geringe Reaktionszeit und G-Sync oder eben Free-Sync verbaut hat. Wenn du hingegen aber ein Hardware-Enthusiast bist und dennoch gerne Shooter spielst, dann spricht natürlich auch nichts dagegen, dass du zum Beispiel auf WQHD von der Auflösung her setzt, denn dort gibt es mittlerweile auch schon gute Gaming-Monitore mit über 144 Hertz, teilweise über 200 Hertz und in einer geringen Reaktionszeit, sodass du da auch ganz normal drauf setzen kannst. Und da würde dann auch die kompetentere Hardware dir einen Vorteil bringen. Aber bei Full-HD bringt es nichts, dir die beste Grafikkarte zu verbauen, denn am Ende ist immer der Monitor auch irgendwo der Flaschenhals. Kommen wir nun zu Gamertyp Nummer 2, dort sehe ich mich auch selber. Der bevorzugt eher die AAA-Titel- und Singleplayer-Spiele, wie zum Beispiel Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, GTA und vieles mehr. Damit man auch so richtig in das Spiel und die Story eintauchen kann, bevorzugt man dort natürlich immer meist eine hohe Auflösung, möchte das Spiel in seiner vollen Pracht geließen. Deswegen strebt man immer eher die Ultra-Settings ohne Kompromisse an. Für diese Zielgruppe ist WQHD, also 1440p, sogar mittlerweile zum aktuellen Standard geworden. Enthusiasten können hier natürlich auch gerne auf einen 4K-Monitor zurückgreifen, sofern die Hardware des PCs es hergibt. Das bringt mich auch schon zu Fehler Nummer 2, nämlich einen extrem guten Monitor zu kaufen, aber dabei eine extrem schlechte Hardware zu haben. Wenn man zum Beispiel einen 4K-Monitor sich kauft, dann aber nur eine sehr alte Hardware verbaut hat, dann kann man die meisten Spiele eben nicht im 4K spielen. Oder man muss die Grafik-Settings so weit drunter schrauben, dass selbst bei 4K die Grafik eher nicht so toll ist. Deswegen empfiehlt es sich bei einem Mittelklasse-PC, wirklich eher auf WQHD zu setzen. Das ist auch so die Grafikeinstellung, welche mittlerweile so ziemlich fast jede Mittelklasse-Grafikkarte sehr gut mit Ultra-Settings stemmen kann. Wenn du hier an der Stelle auf einen WQHD-Monitor setzt, würde ich dir auch an der Stelle empfehlen, mindestens 60 Hertz zu verwenden, eher sogar 144 Hertz in diesem Bereich. Denn dort sind die Monitore auch schon relativ günstig geworden. Ich verlinke dir da auch mal in der Videobeschreibung eine Empfehlung von mir, sodass ihr auch wirklich da einen guten Mischmarsch habt zwischen der ersten Zielgruppe und der zweiten. Bei WQHD ist 27 Zoll so der absolute Sweet-Spot, was die Monitorgröße angeht. Da hat man wirklich ein knackiges, scharfes Bild und kann auch Spiele in seiner vollen Pracht genießen. Wer hingegen wirklich einen größeren Monitor sucht, der sollte, wenn es die Hardware wirklich hergibt, auf einen 4K-Monitor zurückgreifen. Denn da kann man auch ohne Probleme einen 32 Zoll Monitor nehmen und hat auch dennoch ein sehr scharfes und kontrastreiches Bild. Natürlich kann man hier auch alternativ, anstatt einem größeren Monitor, einfach auf ein Multi-Monitoring-Setup zurückgreifen. Das heißt, man kann zum Beispiel zwei 24 Zoll Monitore oder 27 Zoll Monitore betreiben. Gerade wenn man zum Beispiel streamt, sieht man das sehr, sehr oft, weil es da auch wirklich sinnvoll ist, wenn man dann auf einem Monitor zum Beispiel den Chat anzeigt, auf den anderen die Aufnahme. Und in der Mitte ist dann ein Monitor, den man halt eben zum Zocken verwendet. Das heißt, das geht natürlich auch einwandfrei und empfiehlt sich auch in bestimmten Situationen darauf zurückzugreifen. Gerade wenn man viel mit dem PC arbeitet oder Videoschnitt macht, ist ein großer Monitor oder beziehungsweise bei geringer Auflösung ein Multi-Monitoring-Setup schon empfehlenswert. Dabei sollte man allerdings dann beachten, dass man Monitore auswählt mit möglichst dünnen Displayrändern, um einfach dann ein optisches, aber auch fürs Auge ein besseres Bild zu bieten, damit das so ein flüssiger Übergang ist zu den anderen Monitoren. Bei Monitoren mit einer Größe ab 27 Zoll kann es übrigens auch Sinn machen, dass man auf ein Curved-Modell zurückgreift. Diese gibt es auch teilweise sehr günstig zu haben. Auch da verlinke ich mal einen günstigen 32 Zoll 4K-Monitor in der Videobeschreibung. Denn je größer der Monitor natürlich ist, desto schwieriger ist es auch fürs Auge, die ganzen Eindrücke oder das ganze Bild aufzunehmen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, in welchen Gamer-Typ ihr euch wiedererkannt habt und in welcher Auflösung ihr vor allem gerade auch zockt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wenn ihr mehr solcher Videos und auch zukünftig nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall jetzt den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao. 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 Ciao.